schiff vom stapel gelaufen ja und damit herzlich willkommen zurück zu anno 1800 gerade sind noch zwei linien schiffe fertig geworden die werden wir natürlich auch sofort mein augenschein nehmen ja und ich erstaunt sich das schon also man sieht das sind glaube ich jetzt alles schiffe die wir gebaut haben wenn ich mich nicht irre 2468 also ich glaube sechs haben wir schon mindestens gebaut also es kann gut sein also wir können hier wirklich auf die barrikas skandal die holen wir uns zur polizei schnell hingestellt und ab inhaftieren ich dulde keinen widerspruch ihr sollt rum produzieren hoffentlich verbraucht und nach die verbrauchen den auch noch selber na soll ich das jetzt tolerieren das war auf ihr kriegt sogar noch eine kapelle so großzügig bin ich zu euch so rum verbrauchen die das ist ja interessant ja pass auf dann durch den aus so dann gehen zwar wieder zwölf ruft verloren oder zufriedenheit aber dafür ist jetzt dieses schiff voll beladen das kann jetzt gleich ablegen genau genommen jetzt und ist jetzt segeln hervorragend es begibt sich auf die gefährliche überfahrt über den atlantik und die laute musik im hintergrund zeit einen blick auf die weltkarte zu werfen und ich sehe noch nicht den das zweite schiff moment wo ist denn mein darum tatsache das befindet sich gerade noch in der session super das heißt die erhöhte produktion die zeigt sich schon direkt also eben war es ja so dass zwei clipper sich da gesteinander gestaut haben bis der eine voll war und jetzt ist der andere gerade erst da gewesen und schon fährt der nächste los das heißt wir haben glaube ich eine ziemlich gute produktion an rum ich denke mal das werden wir auch so beibehalten können super so hier leider immer noch nicht so viel eisen vorhanden ich hoffe das legt sich so langsam ich denke aber schon gut apropos baumaterialien wir müssen eine ganze menge wieder mitnehmen also fenster lade ich diesmal voll ich nehme auch 50 tonnen stahlträger schon mal mit und einfach noch mal 50 tonnen holz einfach weil wir hier ein volles lager haben und dort hinten ist immer noch so ein bisschen länger dauert so und 150 tonnen holz schleppe ich noch mal nach hier oben einfach für die straßen sind wieder sicher für zwei nette linien schiffe ja tatsächlich ist es gerade auch nur das holz was uns fehlt wir haben wirklich mit unserer produktion einfach einen extrem hohen guck mal hier besonderer schrott heißt also die dritte stufe sehr interessant schöner schrott und schrott schrott gut also 250 tonnen und 300 tonnen segel super also wir haben hier eine riesige produktion an linien schiffen hervorragend ich glaube es war auch die bessere entscheidung als jetzt hier extrem viel geld für schlag kreuz auszugeben denn wir werden jetzt im richtigen minus und hätten dann auch noch eine extrem teure flotte während wir hier jedes schiff nur 250 unterhalt kostet und sie schnell gebaut sind und trotzdem auch noch eine extrem hohe feuerkraft haben ich glaube es war besser so zu machen und ich will auch eigentlich gar nicht wissen wie viele linien schiffe wird hier schon haben definitiv das ein oder andere gut wie geht es weiter hier haben wir einen auftrag und lieferaufgaben 18 tonnen fische die kriegt ihr und wir haben ein stark vergrößerndes teleskop bekommen das heißt wir haben jetzt das einmal in der seltenen varianten einmal in der epischen ok gut was sagt das eisen hier das steigt ja wirklich ich gebe zu bedenken dass wir beim beginn dieser produktion gerade mal bei plus 20 waren im lager und jetzt sind wir schon bei 221 und wir haben jetzt sogar noch eine nährmaschinenfabrik gut dafür haben wir natürlich noch das den dritten hochofen aufgestellt die sich aber ausgleichen das heißt es kommt nur von diesen zwei hochöfen und wir haben hier noch einmal ab und bringen dann schon mal die zwei nächsten der grace wird nur gucken dass der wird einfach nur gucken kleines dorffest im omis oh mann omis fümmen wie spricht man denn das hier bitte aus vier nicht vokale wie heißt das andere jetzt wird es peinlich konsonanten das war das wort vier konsonanten hintereinander schwierige sache ja der gute alte karnevalszug aus einer 701 also ich könnte wetten das ist hier angelehnt da draus also zumindest teilweise dieser spielzug der dadurch die straßen läuft zumindest die musik das ist dieselbe das würdest du jetzt schwören dass die musik beziehungsweise die melodie dieselbe ist hier in 701 also es ist immer wieder faszinierend die ganzen kleinen details die man dann wieder erkennen wenn man schon andere teile gespielt hat was man hier machen müsste wir einfach hier einmal 20 linien schiffe reinsetzen und dann wäre hier auch feierabend also es gibt wirklich gute strategische punkte die man besetzen kann um es dem graves beim krieg extrem schwer zu machen denn so eine flotte hier die kann nicht einfach eben versenken also nicht mal mit den schiffen hier das sieht zwar jetzt so viel aus es sind aber wirklich im großen und ganzen jetzt im bild nur vier linien schiffe und der rest ist müll so ein paar fregatten hier die schaffen das nicht gegen zehn linien schiffe also 20 stück hier einstellen an linien schiffen der hafen ist die insel gehört uns jetzt hat er übrigens auch investoren und dann die flotte mit dem restlichen zerstören und dann ist alles vorbei für ihn also da können wir ihm sehr schnell den gar ausmachen und das ist super gut der rum fließt in strömen ich bin gespannt das wird eng 49 ton noch vorhanden und der rum hier hinten erst während das andere schiff noch auf der rückfahrt sich befindet und wir haben 80 ton schon wieder nicht übel gut wir schauen noch mal in die dritte session es wird immer fordern nach zwischen drei welten jetzt hin und her zu springen neue befehle und ja was ich mit euch mache ja ich warte jetzt hier auf jeden fall erst mal bis das ist der klipper da ist damit wir die anlegestelle bauen können wenn ich nicht wüsste lieferaufgabe mal gucken was du von uns haben will noch schokolade sag mal zumindest haben wir genug zu essen ja wollte ich auch gerade sagen da wollen wir jetzt noch schokolade habe ich das überhaupt produziere ich denn noch mal schokolade wenn ich hier welche im lager habe aber ich glaube ich auf irgendeiner insel hat mir doch was menschen waren das ich glaube in der neuen welt hatte ich geguckt ja hier schokolade auch wenn wir sie nicht produzieren wisst ihr was ich werde jetzt schon mal hier was sind das 38 linien schiffe das sollte eigentlich reichen für die neue welt vom stapel gelaufen die schicke ich jetzt los schon mal als vorsichtsmaßnahme dass wir da in der alten welt nicht komplett in der neuen welt nicht komplett ohne schutz dastehen und da sind auch gerade schon wieder zwei fertig geworden hervorragend alles bereits so hatte ich mit dir irgendwas besonderes vor ich glaube nicht wir werfen noch mal schnellen blick hierhin ja also acht linien schiffe da bleibt kein stein mehr auf dem anderen da kann man hier mit noch so seinem schönen schlag kreuzer angeben das wird alles versenkt gut wie sieht es hier aus im prinzip auch nicht viel schlechter für uns auch nur ein schlag kreuzer ja das geht auch völlig klar also kein risiko die das die größte schwierigkeit werden wir auf jeden fall in der alten welt haben keine frage so jetzt heißt es aber erstmal weiter bauen wir müssen eine stahlproduktion schaffen irgendwo kriegen wir eine kohle hier auf jeden fall das heißt boah warte mal stein achso ne kupfer eisen stein 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 also nicht stein aber stein kohle zink okay also hier sind leider nur zwei eisen bin sonst hätte ich gesagt warum hier oben eine riesige langgezogene stahlindustrie aber gut lassen wir das erstmal so und zwar kommt ein lagerhaus hier nach oben ich hoffe findest du deinen weg auch schon so jawohl du findest deinen weg auch so super ne moment ich will hier aber nicht diesen weg hier so hier kann von mir aus die brücke rüber hier den schönen wasserfall wollte ich jetzt nicht verschandeln ja definitiv besser nach hier ist es auch passiert egal so schlimm ist es dann auch nicht wir brauchen dringend eine eisenmine moment da kommt sie hin super und dann kommt hier eine kohle mine hin das heißt wir brauchen keine kühler hütten was sehr sehr schön ist ich kann mir direkt zwei hochöfen leisten und da gehören dann 3 wir heißen die stahlwerke hin so und die können wir hier auch noch ein bisschen schöner hin bauen nee das ist blöd wir müssen natürlich noch immer in reichweite der minen bleiben genau gut dann fange ich an wir können auf jeden fall die eisenmine bauen auf jeden fall die kühler hütte das sieht auch gut aus dann haben wir oh gott wir haben überhaupt keine arbeiter mehr übrig das wäre natürlich jetzt jackpot wenn wir einen pendlerkai hier bauen könnten der uns dann die arbeiter aus der alten welt bringt aber mich juckt es eigentlich gerade in den fingern das mal auszuprobieren aber ich glaube das wird nichts und da wir keine baukosten rückerstattung kamen und sowieso kein stahlbeton ist es jetzt schneller sogar die stadt eben ein bisschen auszubauen waffenruhe wurde beendet alarm sofort wieder frieden auch ich habe frau und kind dankeschön so und wir haben die möglichkeit ein paar mehr arbeiter willkommen zu heißen jetzt bringt mich das noch auf die idee 10 tonne schokolade einzuladen und die mal schnell wegschiffen so das ist auch gleich wieder voll hervorragend ich schaue mal eben was mein rumschiff mein anderes rumschiff macht da ist es okay es war noch nicht da es ist gleich da ja perfekt das heißt wir haben hier ein super verhältnis das eine schiff ist gleich voll wird zurückfahren während das gerade so hier zurück fährt also das passt und hier zieht unsere neue welt flotte gerade los hervorragend hier wird auch noch fleißig gebaut super läuft ja alles wie ein schnürchen wir haben hier 370 moment hier oben wo da ein stahlwerk noch eins und das ist schon geschehen natürlich ziehen hier noch mehr arbeiter ein moment was mein streben geht das schon zumeist in träumereien da habe ich schon ne warte mal ach doch jetzt habe ich schon ausgegeben das kann ich so stehen lassen es wird einem hier nicht arg natürlich wird es nicht angezeigt weil wir ja ein engpass an arbeitskraft haben jetzt genau okay wir brauchen allerdings 200 200 arbeiter jetzt können wir auch das dritte stahlwerk noch bauen super ohne feuerwehr nicht vergessen und es sind wieder zwei linien schiffe fertig geworden traumhaft damit haben wir 9 12 linien schiffe gebaut die wir alle mal hier so ein bisschen wegschicken könnten und weil es gerade so gut läuft schicken wir einfach schon mal zwei wieder hinterher wir haben zwölf linien schiffe sechs stück ne acht stück noch die kommen dann alle hier in den hafen und dann bauen wir noch ein paar schiffe die sich dann um die um die dritte welt kümmern werden und hier liegt es echt nur am holz immer wenn es hier ausgegraut wird in der werft habe ich das gefühl dass wir wieder irgendwie nicht genug kanonen haben weil es bisher immer daran lag aber es ist tatsächlich einfach nur holz was uns fehlt hier ist es genau andersrum hatte ich nicht sogar eine kanon hatte ich gar nicht lange gut dann ist auch okay dann ist auch okay und hier geht auch die moment soll ich jetzt ein stahlwerk noch bauen beziehungsweise wieder in betrieb nehmen lassen also zwölf stolze linien schiffe ergänzt gleich von weiteren zweien die stadt verliert so langsam attraktivität und wo kommt jetzt ach so der sekt kam von der expedition richtig und du hast glaube ich gerade nichts zu tun oder gleich kommt aus der neuen welt noch das linien schiff mit dem mit der schokolade und wie man sieht gerade ist das rumschiff angekommen hier stehen wir hier minus 400 das wollen wir mindestens noch auf ausgeglichen bringen also auf plus minus 0 damit wir nicht sagen können dass diese stadt hier minus beziehungsweise verluste einbringt und ich glaube ich werde hier auch gar nicht erst handwerker machen du kommst wieder runter du nervst nur beim anblick die handwerker kommen irgendwie vielleicht hier hin dann kommen hier die ingenieure hin und hier hinten die investoren bisschen komisches stadtbild aber gut so möchte ich es gerne haben das bedeutet im umkehrschluss wir können schon so vorsichtig anfangen hier zu bauen und dazu gehört auch eine polizeistation dann noch eine schule natürlich und was brauchen handwerker eine uni die brauchen ingenieure aber in varietät zum beispiel dann müssen uns natürlich jetzt noch erst mal ein angenehmes layout überlegen und die frage ist wie wohnen handwerker ich glaube die wo nicht in der reihe sondern die wollen ihre häuser überall ach so doch da kommen ja das ist nicht das schiff was die schokolade liefert sondern das sind meine linien schiffe ist von der überfahrt zurück genau die trudeln jetzt langsam für alle ein ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt ich lasse jetzt erstmal alle ankommen jetzt geht das wieder los ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt so also wie wohnen handwerker ich würde sagen die wohnen einfach irgendwie so hier bestimmt kreuz und quer einmal irgendwo hier hin klicken sind wir da schon das geht noch völlig so ungefähr da müssen wir jetzt natürlich erstmal versuchen hier so einen weg durchzufinden aber das lassen wir glaube ich das spiel einfach machen und ich würde sagen die zwischenwege die werden einfach nur ausgehöhlt mit bäumen ein paar sitzmöglichkeiten gut so habe ich ehrlich gesagt noch nie eine stadt gebaut aber so eine insel mit so viel platz warum nicht so ups ok so ich denke mal das können wir erstmal so lassen ich werde auf jeden fall hier die hörter die schon eine straßen anbindung haben erstmal so bauen dass wir da schon mal einen groben überblick bekommen bzw von dem was möglich ist dann haben wir hier so unseren kleinen hügel wo die handwerker wo die künstler ihrer fantasie freien lauf lassen können und das ist natürlich fies für die anwohner aber so so sah es halt damals aus also im prinzip müssen wir die ganzen stahlwerke und so nochmal hier reinsetzen und ein industriegebiet draus machen zink und kupfer ok die schwerindustrie zur not das schiff ist auch da hervorragend das kann dann auch kommen und dann würde ich sagen war das oder wird das auch die letzte aktion dieser folge sein wo wollt ihr denn hin ihr verrückten ihr kommt jetzt mal bitte alle hier schön in die mitte so da sammelt ihr euch mal bitte das schiff ah ne ok dachte das fährt hier nur mit ein drittel seiner segel wenn die nicht erst etwas bringen achso nicht allzu viele änderungen hoffe ich du arbeitest nicht auf 100% sag das doch gleich so dann kommt halt noch einer dahin und jetzt passt das auch wieder diese Zeitung ja wie gesagt uns sollte nicht mehr so die Beziehung zu dem Anonzo Graves stören beziehungsweise wir lassen uns war das jetzt schon Zensur oder nicht mehr sagen dass genau wo stehen wir 90 ich finde wir machen nochmal hier einen Auftrag für ihn na komm hallo Dankeschön ohne zu es ruht auf deinen plus 3 wir brauchen in der neuen Welt 17 Tonnen Glas 16 Tonnen Fleischkonserven na das wird lustig zumal wir hier hinten überhaupt kein Glas haben mir fehlt noch einiges an Material ähm dann muss ich kurz improvisieren wir brauchen ja alles hier ist höchst zerbrechend ich muss kurz warten achso ihr habt keinen Quarz oh so wie sieht's denn mit ja der Fisch ist voll super das war das Signal wir werden hier also ja wobei die Werft kann eigentlich weg super dann haben wir hier auch wieder Platz da ist eine Straße gut das heißt das Verhältnis war hier wie wie zu wie 1 zu 1 ne genau oh Gott das wird ja richtig wenig stimmt wir hatten doch hier hinten jawoll passt leider keiner mehr ran wo dann wo dann hier hätten wir noch Platz allerdings keine Arbeiter weil die Lager sind voll oh wir haben zu viel Eisen hier ähm naja gut dann müssen wir uns in der nächsten Folge überlegen wie wir an das Glas kommen ich habe jetzt mal hier einen Betrieb pausiert und ich werde auch mal kurz die Fenstermacher stilllegen und vielleicht kriegen wir so so ein bisschen Glas wieder rein wir haben schließlich eine Glashütte ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet ja der wird halt absolut frech wir müssen es wird höchste Zeit dass wir hier gegen ihn was unternehmen der holt sich hier eine Insel nach der anderen und das geht leider überhaupt nicht so gut das wird also erstmal unser Künstlerviertel ich habe schon einen Platz für dich an meiner Wand ausgesucht ja wollen wir es noch einmal zahlen ich wäre bereit noch einmal Geld zu zahlen damit wir noch noch mehr Schiffe bauen können und danach wäre Feierabend gut also das kriegt er ich ja dich auch gut also da müssen wir natürlich noch ein bisschen optisch dann verfeinern aber so könnte unser Handwerkerviertel aussehen während wir hier uns wirklich mal Gedanken machen müssen um den Grace denn der wird richtig frech also erstmal wieder zwei Schiffe in Auftrag geben und erster Seelord das ist schon wieder falsches Fenster hier oben ne hier Militär 252 Einflusspunkte für die für die Linienschiffe der erste Seelord ist der höchste Grad der Marine der Britischen der Royal Navy wenn ich mich recht entsinne und dieser wird glaube ich sogar nur zu Kriegszeiten ernannt also gerade haben wir glaube ich wir nicht aber die britische Marine hat glaube ich gerade gar keinen und der erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 25% das ist saugeil 25% schneller schießen bei Linienschiffen ist das absolut verheerend also super ich würde sagen wir machen jetzt noch den Rest hier 130 Punkte in Linienschiffe und dann geht es aber geht es aber los gegen den Alonzo Graves dann werden wir dem mal Hallo sagen ja wir können sie ja schon mal hier Probe hinstellen nein Quatsch die lassen wir mal hier gut dann sollte es wirklich gewesen sein ich bedanke mich bei euch wie immer fürs zusehen und von wo verabschiede ich mich euch ich glaube mit dem Blick auf unseren Teil der Flotte das ist ja nur unsere alte Weltflotte die ja auch noch größer wird also ich bedanke mich bei euch wie immer fürs zusehen und wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin tschüss bis dahin